Im letzten Video Ich muss ne Nachricht zurück schicken Also erstmal, warum will Gnu immer so viel Beef? Woher kommt der ganze Hass? Trag ich mich nur Woher kommt der ganze Hass, Gnu? Woher kommt der Hass? Der Arzt, du hast blaues, das Leben tut dir gut, ja Und hier wäre noch Fleisch, niemals Gemüse Ich esse Fleisch, nur noch Fleisch, niemals Salad Ich hab dir den Rücken gedeckt Ich hab dir den Rücken gedeckt, Gnu Immer, ich hab oft zugeguckt, wie du Leute als Imposter getötet Oh nein Und ich hab dich nicht verraten Ich hab dich nicht verraten, Gnu Und jetzt sagst du, ich warst Tass Du warst selber Tass, okay Kann man nur einfach sagen, wie es ist Du warst selber Tass Zu guter Letzt muss ich auch sagen, Gnu Ich warte die ganze Zeit in WoW Und mir tut mein Herz einfach nur sehr weh Wo bist du, Gnu? Wo bist du? In Azeroth, ich vermisse dich hier In Azeroth Du könntest einen Tauru spielen Der sieht ein bisschen aus wie so ein Gnu In Azeroth Sieht aus wie die Hörnchen von Gnu Wo? Wo bist du in WoW? Ich dachte, wir treffen uns in World of Warcraft Aber du bist nicht da, Gnu Ich bin seit 500 Stunden streamig WoW Die ganze Zeit Und ich vermisse dich Okay, das wollte ich nur sagen Ich vermisse dich In Azeroth Ist das ihre Nachricht, die sie einsenden wollen? Ja, diese Nachricht möchte ich einsenden Die Nachricht möchte ich einsenden Die muss bitte ein Tauru sein Also wirklich richtig, richtig geil Kuss, Bruder So Wir gehen rein Wie viel kostet die Nachricht jetzt? Wie kostet es jetzt so die Nachricht zu überbringen? Okay, die Nachricht wird verarbeitet Und in den nächsten Tagen ankommen Kuss Küsst dein Herz I'm Prime Stuff Okay, okay, alles klar Weißt du was? Machen wir einfach 20 draus Hä? Nein, Bruder Das war Spaß Chill doch Okay, ich brauch die Information Was hat er genau gesagt Mit den richtigen Wörtern? Mitschreiben, ne? Hat jemand mitgeschrieben? War jemand schlau genug? Wer jetzt alles sagt Was er gesagt hat Der Kriegt einen Sub Geschenkt Okay Chat, wir haben schon ein Beat Jetzt kommt direkt die Antwort Wir müssen jetzt schnell sein Oh 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 Hunger hat eine Antwort für dich. Ja, geil. Wo? Eine Stunde on bleiben. Es gibt eine Antwort. Ach so, eine Stunde soll ich bleiben. Ja, dann ist easy. Okay. Also jetzt noch nicht. Ja, ja, ich bin noch online. Alles easy. Oh, let's go, Schatz, ich glaube. Das ist eine dicke Folge. Ich fühle es in meinen Cojones, Schatz. Weißt du? In meinen Cojones. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Das wird ein Vibe. Das ist ein fucking Vibe. Ja, jetzt ist der Moment. Der letzte Step. Und zwar die Reaktion. So, wo ist der Energy? Was kann ich tun? Über Discord oder will auch die Antwort sehen? Wo sehe ich die Reaktion von Unge erst mal? Also das ist das, was du jetzt als erstes Unge geschickt hast, ne? Let's go. Lauter. Voll leise. Ich muss direkt nochmal lachen, obwohl ich das auch kenne. Oh mein Gott. Geil. Das hat mir nur gesagt, dass du sie nicht mehr hast. Sag, was soll das? Ach, sie vergaß nicht. Alter. Alter. Und ich weiß, dass du ein kleiner Rabauke bist. Zum Beispiel hast du deine Freundin auf mich gehetzt, okay? Als wir auch gespielt haben. Mario Smash. Ich meine Smash. Ich weiß, dass du dreckig bist. Das sieht man an deinem Gesicht, ja. Das ist eine Nachricht von Gnu, nicht von mir. Okay. Deswegen. Das habe ich nicht gesagt. Das hat mir gesagt. Wir mangeln. Ja. Das hat mir Gnu gesagt. Ich sehe so durchaus. Let's go. Ich weiß, dass diese Nachricht so blöd geworden ist. Sie wollte eigentlich nur sagen, dass sie sehr sauer auf dich ist. Und dass sie ein Beat vielleicht haben, wenn ein Spaß. Wenn du eine Nachricht an sie übertragen willst, dann jetzt. Buche für 5 Euro. Oh Gott. Ja, Mann. Du kannst gerne auch eine Nachricht an sie lassen. Kuss. Ich hoffe, der Song hat dir gefallen. Hey, geil. Also mal ohne Witz, was du da in der kürzen Zeit hinbretterst. Das ist ja unfassbar krass, ey. Die Antwort. Wahnsinn, wie geil sich das angehört hat. Und vor allem mit dem Dreck im Gesicht. Der kam nicht von mir. Aber jetzt, liebe Leute. Jetzt schauen wir uns an, was Unge mir geantwortet hat. Oh oh. Da habe ich jetzt eigentlich schon voll richtig Angst vor, ne? Oh oh. I'm scared. Okay, jetzt kommt Unges Antwort. Ich habe schon Angst. Also erstmal will Gnu immer so viel Beef. Woher kommt der ganze Hass? Woher kommt der Hass? Gnu, woher? Gnu. Du hast ihm gerade eine Nachricht an Unge geschickt. Woher kommt der Hass, Gnu? Und die Post ist schnell, musst du wissen. Let's go. Ich koste die Antwort für dich. Fahre auf. Ich will dich wohl, du hast du dich lieb. Woher kommt der ganze Hass? Frag ich mich noch. Woher kommt der ganze Hass? Woher kommt der Hass? Gnu, woher? Woher der Hass hat er gefragt. Nur was hat er nur gemacht. Er hat deinen Rücken nur gedeckt. Und dich manchmal im Wind versteckt. Oh geil. Fuchsebundi wird er nie vergessen. Fünfhundert Stunden hat er kein Licht gesehen. Oh. Er sagt, du warst selber sass. Er hat dich gedeckt, als du Imposter warst. Du sollst hier um. Geil. Oh, Alter. Oh, Alter, geil. Oh, Alter, geil. Komm, komm. So geil. Boah, das Song. Geil. Oh, Alter, geil. ich geh mal so viel spaß mit dir du bist nicht da und er weint du bist nicht da a word of water a word of water ist ein schmerz in seinem herz er vermisst dich genug er will, dass er ihn ruft und nach Aterod erwartet noch eingelockt nur auf dich Was geht ab Chat? Hype in den Chat! Hi! Eie! Ich komme auch nicht mehr klar! Hostbote out! Und ich hoffe, dass du noch einen geilen Stream hast! Bist du dein Auge! Sehr, sehr geil! Woher der ganze Hassklu? Woher jetzt? Ich verpiss dich nicht! Geil! Ey, Dan! Alter, was hast du da in der kurzen Zeit zusammengebracht? Mega geil einfach nur! Ey, dankeschön! Chat! Richtig cool! Und Rumi, es wird für immer den Fuchsi Bundi geben! War so cool! Ich hoffe, wir zocken mal wieder! Sei es Among Us oder Smash! Ich bin ready! Das war so cool! Echt mega! Voll die geile Idee auch! Und wenn ich mir so überlege! Du brauchst halt niemals einen Ghostwriter! Du schreibst es halt einfach selber! So zwei komplette Songs hier! Einfach meine von zwei Stunden rausgeballert! Mega cool! Auch mit dem! Ich hab deinen Rücken gedeckt! Hab mich dann im Van versteckt! Einfach genial! Mega! Props! Props! Und grüße an das E-Gnu! Und lass einen Daumen nach oben da! Und ein Abo! Und aktivier die Glocke! Da wohl das Mindeste! Oh mein Gott! Oh mein Gott, man! Wuuuui! We did it, guys! We did it! Fuck this! War sehr süß heute, muss ich sagen! Wenn einfach das nächste Mal ein QUIT! Dann gucken Sie einfach mal!